Oh, Pipeline jetzt hier. Ja, Tarnung ändern. Scheiss, das mache ich nie, Alter. Scheiss auf Tarnung. Ich bin doch Puppig, Alter. Du kommst eh von hinten, da sieht dich keiner. Warte, Startmuster. Wieso fahren die eigentlich schon? Wieso ist die Fliege überhaupt schon wieder am Leben? Startmuster ist das Richtige? Ja, das ist ganz gut, weil das meiste ist blau und das hat auch ein bisschen... Also für die Russen ist das gut. Hollang, bitte. Nein, ich fahr. Runter. Runter. Go go, Flo, go go. Kommt rechts schon ein Bike, ne? Ich habe Javelin im Anschlag, Flo. Was machst du bitte? Enttöten! Hallo! Oh Gott! Nein, ich bin dauernd! Das ist halt der Scheiß! Lebst du noch? Ja, aber nichts vor anderem bei mir. Ihr läuft einem daher! Scheiße! Krass, das ist grad deswegen spawn ich jetzt für euch. Nichts! Ich bin dauernd! Ich bin dauernd! Ich bin dauernd! Cream Pie Italien. Vorsehen, bitte. Vorsehen, Jungs. An dem Wahnsteigen. Vorsehen, bitte. Flo, braucht noch Punkte. Ja, ich gehört. Seh ich auch. Ich komme. Anziehen, bitte. Nein, vorbeigeschossen. Das dachte ich nicht. Flo, wenn die Scheiße in die Luft fliegt, ne? Was? Kampfunfähig, heute ist Kampfunfähig. Da ist er noch. Ich hab ihn. Alter, hier ist schon wieder Party ohne Ende. Gefährt den Tank hier. Nein, ich muss hier... Nein. M-m. Eben nicht. Jetzt ist er kaputt. Na, und er auch. Scheiße, ihr spawns, sie sind gespawnt hier bei der Flagge. Dann habe ich. Ja, ich habe einen getötet. Scheiße. Scheiße. Dann sind zwei gespawnt. Ey, wie die uns fissen. Ja, unter dem bist du behindert, wirklich. Die können gar nichts. Ich kann nicht Moped fahren, ey. Fuck, Mann. Frank fucking Jäger, ey. Spawner beim Führer. Hinter. Da kommen jetzt Fahrzeuge und Infanterien weg. Am Eingang. Ich hol's die Flagge, kommt wer mit? Kommt wer mit? Ob wer mitkommt? Oh Gott. Fahr einfach. Ey, ist das nur ein Wotnik, oder was das ist? Ist der down? Der gibt die übelste Action ab, Flo. Der eine hat ihn. Wir sind ein, wir verteidigen einfach die Scheiße jetzt. Ich bleibe jetzt auch hier. Da kommt noch einer Flo-Pass auf hinter dir. Also vor dir. Happen, Happen. Scheiße. So viele. Bist du Medic? Ja, da kommt ja der Schire-Bass her an. Das ist unfassbar. Von wo kommen die ganzen Leute? Leid herrscht. Ja, aber wirklich. Das hat die ganze Zeit wirklich getan. Jetzt ist mal kurz ruhig gewesen. Na, wo übelst. Also ich fahr jetzt. Flo, komm mit. Jetzt kommt ein Tank hier. Dann frühstücken wir ab. Nicht, wir defenden. Nein, dann fahr ich jetzt. Sniper springt glaub ich ab. Nein, ich bin tot. Little Bird hat mich. Ich weiß gar nicht wie. Was hat denn der Lenkflugkörper? Ist klar. Man, das ist Kammwunfähig. Nein. Loll. Und ein M1 hat mich. Psycho 07. Kommt einer rauf und bringt uns alle um. ich pack jetzt Minen ein hier ich hab die Flacke Floor aber hier ist kein Moped jetzt häng ich hier auch noch alter ich kriege einen Klaps ne kill kill ich glaube es nicht ja ist klar da ist einer Känguru ich hab jetzt die Flagge nein ich bin schon wieder tot da hinten lief eh ne ach ne es war ein anderer Seite noch von uns Rofelkopter ist am Start boah oh nate hier alter oh gott schon wieder näht glabeart der Bastard sorry da würd ich grad nen näht hinwerfen ok oh gott Flo kommt hierher alter man ist zu viel ja ach wissen selber nicht wohin mit unserem Floor ja klasse da ja sorry bin noch nicht gestorben ich wär wieder drüben gespawnt ja ich komm mit dem Tank ja ich renne mal oh was jetzt hab ich meine Maus verhakt hallo hallo pass auf Minen ok warte muss hier noch aus jetzt wir haben sie Coco wieder hinten wo unser Hubschrauber mal spawnt aber das machen die schon die sind zu zweit soll ihren kriegen sind wieder auch Minen da hinten so wir haben jetzt nochmal die Flagge nice ja dann lass defenden der Heli kommt na 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 scheiße na ich musste irgendwann der war außer außer out of range er ist down ne ne hab die Flagge grad gesaved der wird geretzt er schalte schon drauf ey jetzt hat er geflared jetzt sitzt er down nice ja 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 sehr gut ausgezeichnet was ist der Tank von dem ich will nicht komplett da reinfahren Achtung hier ist einer hier ist einer hier drinnen ja Da hinten Nein Nice Flo Das Moppet, pass auf Mine Da war noch einer Wo steht der Pisser? Da rechts Moped, rechts Moped von uns, rechts Moped von uns Ah, der entkommt Irgendwann nicht gehittet Ja, aber... Der ist gespottet also Da, rechts, rechts Ja, Happen, Happen Da liegt noch eine Mine Das war egal Da liegt noch eine vorne, gleich Zwei Stück Zwei Stück Türe, stopp Vier Stück sogar Ja, CC Achtung, hier ist noch ein Kollege Echt? Ja, ja Er ist tot Ich steck aus Happse, Happse, raus Weg, weg, weg Nice Heli kommt Versuchen zu bashen Ich hab einen Panzerkampfen fake gemacht Der mich geopfert Kommt alles, what the fuck Ich bin da Nice Flo So, ab hier Ja, und da hinten sind's Mit den Javelins Das bringt denen nichts Oh nein Nein Oh Das wär's gewesen, Alter Da rechts Oh, das ist am meisten Ja, ich schieße Ja, ich bring die Flagge zurück Weil wir haben sie Ich hab sie doch Achso, lol Jetzt bringen sie, bringen sie, bringen sie, bringen sie zum Punkt Nice Jungs, nice, nochmal dasselbe Spiel Das ist der Heli Ja Komm ich nicht, krieg ich nicht, so Schieß so Vielleicht hat er dann einen Javelin Ja Ja, er fliegt Achtung, hier ist er noch hier Ja, 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 hab's gesehen Das ist Happen, Happen Das ist okay, ist dann Drei Javelins hochgeflogen Lol Es ist so geil Huh Moppet von Kapp Von hinter uns Ja Ja, das kriegen die Höhne Ja, passt Das viert hier Ja, hoffentlich Wirst du von hier ran fahren, diesmal oder was? Ja, na klar Mach doch nicht dreimal das gleiche Wir haben ja schon dreimal das gleiche gemacht Vor allem, wir haben die kirchlichen Tank, ne? Der fährt hier vorne rechts rum Echt? Ja Das ist geil Das ist richtig geil Das liegt aber auch daran, dass jede Mannschaft die von den anderen holen kann, ne? Achtung, Achtung, Min, 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 Min 1,2 Mach weg hier den Schnee Baumfeld Typ ist down Wer steckt aus? Flo steckt aus? Okay Ja, einer muss reparieren Ich hab ja Lol Oh, da Ja, da war ne Mine Q, ne? Nee, da war ne Mine und da war, ähm Ja, APG APG, ne? Aber ich hab die ganze Zeit Q drückt, ja Immer und immer wieder Ja Okay Pack jetzt mal ein paar Minen hierhin bei uns Auf den Panzer warten, oder? Wissen, ja Ja, da kommt der hinten rechts Wo einen irgendeinen Noob nimmt Beim Heli spawnen ist wieder einer hinten Beim Heli spawnen ist wieder einer hinten Ich bin bei Brunzen Geh, seh ich den Führer Ich geh schon mal richtig im Tank Ist der hier, ja, ne? Wo ist der eigentlich? Wo ist der eigentlich? Du musst nach Rettung Heli kommt, Heli kommt, Heli kommt Heli kommt Oh, lol Kommt ein Bike, kommt ein Bike, kommt ein Bike bei dir Komm, der Tank ist da Ja Geh, komm Du bist zur Tür Hier Ja, ich kann aber nicht abhören Ich hab Minen bei Wo ist Flo, Alter? Im Branzen Ah, Flo kommt jetzt wieder Ja, ich bin da Flo, komm rein hier Du musst Repairn Flo, weil Tür ist, äh, Minen Junkie Ich hab Minen bei Dann lass den Tür erfahren Achso Da oben Hitet Tür, mach, mach, mach Geh in der 1, geh in der 1, Tür Ach, dann nicht Achso, okay, ich drücke, ich drücke Ja, ja, ja Hinter uns, hinter uns Was? Ja, ich guck nach hinten, ich guck nach hinten Nach hinten und nach rechts, nach links, wo ich Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben Ok, Happen Ich hol die Flagge Nein Loll Nice, Tür, komm rein Co-co-co-player left Oh shit Ja, ja Die eine können wir ab Rotnick ist rechte Seite Ja, ich schieß schon drauf, ich schieß schon drauf Das ist Kampfunfähig, glaube ich Ja, der repariert Ich mach mich lieber ums Fahren hier Ja, mach Wir haben sie eh Nice Flo Soll ich mal F3 oder? Ist egal Ist egal Ich hole halt die Flagge Nice Jungs, nice, nice, nice Ja, wir haben sie nochmal Ja, ok, der Tank hat sie dann Das schaut so geil aus Läuft da einer hinterher? Ja Ach, hier, guck mal Kappen Hallo Nein, hab schon angehittet Komm, jetzt können wir noch ein bisschen Kills gehen Links, links ist einer ums hinter uns Ja, hinter uns Der fährt dort, dort und an Loll Der ist ausgangen Loll Der ist ausgangen Der ist ausgereift Nice Jungs GG Im Spring, alter 4 Ja Owned by the Tank boys Heerst, Alter Ich hab so viel Anti-Explosive Sehr gut Jungs, sehr gut Ausgezeichnet Das war es mit einer Die Die in U Bis zum nächsten Mal.